Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit und im YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Wir hatten ja ein vermehrtes Thema Weisungsbefugnis und ich war eigentlich davon ausgegangen, dass das Thema jetzt abgefrühstückt sei. Zwei Kommentare, die unter YouTube-Videos jetzt kamen, haben mich aber davon überzeugt, dass es nochmal wichtig ist, da nochmal eine Folge dazu zu machen. Ein Kommentar lautete, die Weisungsbefugnis wäre durch das Direktionsrecht geregelt, aber wie wäre es denn, wenn 95% der Anweisungen vom Kunden kommen? Und bei dem anderen ging es darum, dass ich einen Kommentar zum Thema Weisungsbefugnis beantwortet hatte und gesagt habe, der Kunde hat keine Weisungsbefugnis und die Weisungsbefugnis liegt ausschließlich beim Sicherheitsunternehmen, beim Vorgesetzten des Sicherheitsmitarbeiters. Und dann kam als Antwort, ja, er hätte sich falsch ausgedrückt, es ging ja um die Weisungsbefugnis im Objekt. So, und genau darum geht es, die Weisungsbefugnis im Objekt, nämlich, wer ist jetzt Weisungsbefug, wenn ich als Sicherheitsmitarbeiter beim Kunden in einem Objekt tätig bin? So, und die Antwort ist ganz klar und jetzt hier noch einmal für alle zum Mitschreiben. Der Kunde hat im Normalfall keine Weisungsbefugnis. So, Punkt. Und wenn jetzt hier 95% der Anweisungen vom Kunden kommen, dann läuft hier irgendwas völlig falsch. Der Hintergrund ist nämlich der, dass in dem Moment, wo Anweisungen vom Kunden kommen, das Ganze eine Arbeitnehmerüberlassung ist, weil dann der Kunde Weisungsbefugt wäre. Es ist aber keine Bewachungstätigkeit, sondern Arbeitnehmerüberlassung. Der Sicherheitsmitarbeiter wäre in diesem Fall dann Leih- oder Zeitarbeiter. Das ist aber im Normalfall weder gewünscht, noch haben die Beteiligten im Normalfall die Erlaubnis nach AÜG, also Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, das Ganze zu tun. Also, noch einmal, der Kunde hat im Normalfall keine Weisungsbefugnis. Und Weisungen bekommt der Sicherheitsmitarbeiter ausschließlich von seinem Vorgesetzten, seiner eigenen Wachfirma. Gut, ich denke, das sollte jetzt soweit klar sein. Aber was sind denn die Folgen? Eine Folge habe ich schon genannt, wenn eben dagegen verstoßen wird. Das Ganze wäre dann Arbeitnehmerüberlassung. Und was jetzt für den Sicherheitsmitarbeiter noch viel gefährlicher wäre, ist das Thema, was passiert bei einem Unfall? Ich bin ja als Sicherheitsmitarbeiter im Normalfall hier versichert, Waldungsberufsgenosenschaft gegen Unfälle während der Arbeitszeit. So, das setzt aber voraus, dass eine versicherte Tätigkeit vorliegt. Das heißt, der Unfall bei einer versicherten Tätigkeit durchgeführt wurde. Und auch das haben wir hier schon mehrfach geklärt, aber doppelt gemoppelt hält mir immer besser. Die Tätigkeit, die jetzt hier versichert ist, ist ausschließlich die, die in der schriftlichen Dienstanweisung des Sicherheitsunternehmens festgelegt ist, beziehungsweise Anweisung eines Vorgesetzten, die man dann idealerweise zur eigenen Sicherheit dokumentieren sollte. Das heißt, Anweisung des Kunden, sei es mündlich oder sei es schriftlich, wenn die befolgt werden, ist es keine versicherte Tätigkeit. Und wenn es zu einem Unfall kommt, gibt es keinen Versicherungsschutz. Absolut roter Bereich. Deswegen, ich kann es nur nochmal wiederholen. Ich will es auch jetzt gerne auch noch zehnmal, wenn es gewünscht ist. Bitte keine Anweisung des Kunden befolgen. Der Kunde ist nicht Weisungsbefugt. Wenn ich das doch tue, bin ich im roten Bereich, sei es Arbeitnehmerbelassung oder eben, dass hier der Versicherungsschutz wegfällt. Jetzt denken wir bei Kunden immer an ein Objekt, also zum Beispiel ein Industrieunternehmen, das jetzt hier bewacht wird. Aber Kunde kann auch noch jemand anderes sein. Es ist ja in vielen Fällen, zum Beispiel bei Veranstaltungen ist es gang und gäbe, dass es einen Hauptunternehmer gibt. Und der Hauptunternehmer jetzt sogenannte Subunternehmer einsetzt. Also die Firma A bekommt den Auftrag und gibt dir jetzt weiter an die Firma B, die Firma B an die Firma C, die Firma C an die Firma D und so weiter. So, Subunternehmer. Und auch hier gilt genau dasselbe Spielchen. Wenn du jetzt Mitarbeiter, Sicherheitsmitarbeiter der Firma B bist, dann bekommst du ausschließlich Anweisungen von einem Vorgesetzten der Firma B. Mitarbeiter der Firma A, also der Hauptunternehmer, haben keine Weisungsbefugnis. Die Konsequenzen wären genau dieselben. Wenn jetzt der Sicherheitsmitarbeiter der Firma B das tut, was einer von der Firma A sagt, dann ist auch das wieder Arbeitnehmerüberlassung. Absolut roter Bereich. Wenn der Zoll sowas mitkriegt, gibt es hier ganz saftige Strafen für alle Beteiligten. Natürlich in dem Fall speziell für den Unternehmer, weniger für die Arbeitnehmer. Aber die, wie gesagt, sind trotzdem im roten Bereich, weil es eben Arbeitnehmerüberlassung wäre. Und auch hier selbe Spielchen. Auch hier würde der Versicherungsschutz wegfallen, weil jetzt Anweisungen von jemandem befolgt werden, der nicht der Arbeitgeber ist, sondern von einem Dritten. Mitarbeiterfirma A sind für Mitarbeiter der Firma B völlig fremde, auch wenn A Hauptunternehmer ist. Deswegen auch hier noch einmal als Subunternehmer, als Mitarbeiter, als Sicherheitsmitarbeiter eines Subunternehmens bekomme ich ausschließlich Anweisungen von meiner eigenen Sicherheitsfirma und nicht vom Hauptunternehmer. Da gibt es aber überhaupt nichts zu deuteln. Es gibt natürlich wie immer im Leben Ausnahmen. Stichwort Notfall. Wenn es jetzt um einen Notfall geht, es brennt oder es kommt zu einer Panik, irgendetwas in der Richtung. Völlig andere Baustelle, dann darf der Kunde, auch der Hauptunternehmer, wie auch immer, darf oder dürfte in diesem Fall Anweisungen geben. Im Normalfall nein. So, ich hoffe, das Ganze ist jetzt wirklich mal klar geworden. Auch hier, wenn du dazu Fragen hast, schreibst du gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne liken, gerne den Kanal abonnieren und auch die Glocke betätigen, dass du jedes Mal, wenn es ein neues Video gibt, dann informiert wirst. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.